Die Telekom präsentiert die Highlights vom letzten Game und alle Spiele auf allen Screens. Die Entscheidung aber dann durfte noch gezaubert werden. Albus auf Rubit. Augustin Rubit mit dem Alley-Hoop-Dunk über Wilhelm Son. Der Fehlwurf des MBCs und dann ging es ganz, ganz schnell nach vorne. Und dann Rubit mit dem spektakulären Abschluss Party Time in Tübingen.